Junge, diese Outfits von Julian Nagitz, man checkt's ab, ob im weißen Gewand hier komplett schick oder auch einfach mal völlig locker im Hawaii-Hemd. Er macht auf jeden Fall, zumindest modisch, schon mal auf sich aufmerksam, ob er das auch sportlich macht, als Trainer der Nationalmannschaft. Das seht ihr hier, denn wir haben sie doch hier, wir haben die Nationalmannschaft, live bei uns im Programm, auf RTL Plus und bei RTL. Und sportlich kommt da noch was dazu, und zwar die Topspiele der Europa League, die Topspiele der Konflikt League und auch die NFL. Also, da hilft der Sportler jetzt auch, oder?